Charlie Puth macht neue Liebe dem Red Carpet offiziell Charlie Puth, 31, ist verliebt, und die ganze Welt soll es wissen. Im Dezember machte der Sänger öffentlich, dass er eine Freundin hat, in süßen Aufnahmen auf Social Media zeigte er sich erstmals mit der Beauty Brooke Sansoni. Seine Liebste scheint den Viduntalg an Imora Interpreten ziemlich glücklich zu machen. Jetzt wagten die beiden Turteltauben gemeinsam einen großen Schritt, Charlie und Brooke absolvierten jetzt ihren ersten Red Carpet-Auftritt als Pärchen. Der 31-Jährige war einer der geladenen Gäste bei der Programmi-Gala am Samstag, und brachte seine neue Partnerin mit ins Blitzlichtgewitter, ganz stolz posierten Charlie und Brooke miteinander. Die beiden waren ein wahrhaft hübscher Anblick. Die Schönheit trug ein kurzes Off-Shoulder-Kleid mit aufregendem Ausschnitt und entschied sich für ein schlichtes, aber elegantes Styling. Der Musiker hatte Hosen mit Rosenprint an und trug dazu ein cremefarbenes Jackett sowie eine Statement-Kette. Doch wer ist Brooke eigentlich? Die US-Amerikanerin arbeitet im Bereich PR und Marketing, und ist zudem Fashion-Influencerin. In der Sohowat-Stern-Show hatte Charlie vergangenes Jahr ausgeplaudert, wir sind zusammen aufgewachsen. Es ist schön, jemanden an seiner Seite zu haben, den man schon lange kennt, wenn man meine verrückte Karriere bedenkt. Weiter schwärmte der Hottie, sie war immer sehr nett zu mir. Sie ist immer für mich da. Anführungszeichen Anführungszeichen Rettung